Oktober 2022 hat der Kollege über 50.000 Euro investiert, aber mein Lieblings-ETF kannst du nicht verkaufen hier. Den werden gerade Oliver Euthy dividendiert. Hey Leute, willkommen zum Portfolio Roast. In diesem Format schauen wir uns eure Portfolios an, geben konstruktives Feedback und lernen gemeinsam dazu. Am Ende des Videos erfahrt ihr, wie auch ihr dabei sein könnt. Also lasst uns starten, let's go. Also was haben wir hier? 30 Jahre verheiratet, ein Kind, monatlich 500 Euro in einen MSCI World ETF. Dividenden werden reinvestiert, ein Teil der Sparrate für Immobiliensanierung und Familienausgaben, 70-75% ETF, 25-30% Aktien. Da bin ich gespannt, gucken wir gleich rein. Zuerst mal der Text. Okay, interessant. Anfangs war mein Ziel, mit einem ausschüttenden ETF den Freibetrag auszuschöpfen. Das habe ich erreicht und nun verhindert mein Ordnungsdrang, eine weitere Position mit einem Thessaurierer zu eröffnen. Mittlerweile ist auch die Aktion des kostenlosen Sparplans leider längst vorbei. Die Gebühr nehme ich aber in Kauf, da ich mit meinem Broker Consors zufrieden bin. Und wenn es im Depot nicht ordentlich ist, werde ich unruhig. Anfangs hatte ich wahllos und ohne Verstand etliche ETFs und Fonds meist sogar der gleiche Index gekauft. Diese konnte ich meist mit Gewinn veräußern. Daraufhin wollte ich eine Dividendenstrategie mit ETFs fahren. Der Kursverlauf hat mich aber nicht befriedigt. Ach was. So dass ich dann zur oben genannten Strategie angelangt bin und diese hoffentlich auch konstant weiterverfolge. Die Position mit VL und Jahreszahl im Titel sind vermögenswirksame Leistungen und deren Ende der Sperrfrist. Grundsätzlich neige ich leider dazu, vorwiegend Industriewerte zu kaufen. Danke Workbuys. Ich denke, mich macht es unsicher, Consumerwerte zu kaufen, da beispielsweise Nike-Schuhe für mich irgendwie weniger Mehrwertsicherheit haben als zum Beispiel chemische Grundstoffe. Aber egal, das ist subjektiv. Das Dilemma mit dem Gazprom-ADR-Scan viele lasse ich mal unkommentiert. Ich finde es aber sehr interessant, also dass du das auch sagst hier, mit Nike-Schuhe versus chemische Grundstoffe. Das eine ist halt wirklich so Need und Industrialisierung und so weiter, wo geht es hin und Nike ist halt mehr Marketing und sowas. Zukünftig will ich meine Ordergebühren besser im Blick haben und reduzierter Handeln. Ich freue mich auf eure Meinungen und vor allem Kritik. Danke. Vielen Dank erstmal für die sehr ausführliche Beschreibung. Und wir gucken mal direkt rein. Hier ist das Depot von Consors, über 200.000 Euro drin seit 2016, Sommer 2016. Herzlichen Glückwunsch und Respekt dafür. Aktuell 10.000 Euro Kursgewinn, 5% seit 2016. Dividenden, 6.000 Euro kassiert und 6.000 Euro realisiert. Also das kommt noch on top. Performance, gab mal sehr gute Tage, ist dann aber auch ein bisschen runter. Ich vergleiche mal direkt mit einem Index, wo das Portfolio natürlich widerspiegelt, dass man immer die ganze Zeit investiert. Das hier war wirklich der Index. Das heißt, die Performance hätte man nur genauso getroffen, hätte man am Anfang investiert. Das heißt, solange der Index steigt, bist du mit einem Sparplan natürlich immer schlechter als der Index selbst. Und wenn der Index fällt, bist du besser als der Index mit einem Sparplan, weil du immer günstiger einkaufst. In dem Fall aber ging die Performance ja eher seitwärts, zumindest die unrealisierte Performance, während die Indizes gestiegen sind. Wir können aber mal Dividenden und realisierte Gewinne inkludieren. Ja, dann sieht es nicht sehr viel besser aus. Hier sieht man es auch, dass eben investiertes Kapital und Portfoliowert sehr nah beieinander waren. Wir gucken mal in die Renditetabelle unten. Da ist auf jeden Fall alles grün. Seit 2016 5% ist jetzt nicht die Welt, empfinde ich so. Aber mit langem Anlagehorizont ist es kein Problem, meiner Meinung nach zumindest. Realisiert wurde ein bisschen was und Dividenden kamen auch ganz gut rein in der Zeit. Netto auf jeden Fall gut im Plus. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, einfach weitermachen. Aber wir gucken jetzt mal in die Aktien. Die Top-Gewinner, Alphabet, Linde, dann das sind die vermögenswirksamen Leistungen iShares, vermögenswirksame Leistungen iShares, Nasdaq 100. Das ist das, was er beschrieben hatte. Waste Management und der MSCI World. Und die Loser sind Gasprom. Ui, da ist auch viel rausgegangen. Da ist genauso viel rausgegangen wie beim Top-Gewinner. Maersk, Realty Income, Deer und Veolia. Dann schauen wir mal in die komplette Liste. Ich blende noch realisierte Gewinne und Dividenden mit ein. Der MSCI World ganz oben mit 46%. Dann der S&P verhandelt mit 30%. Also er zieht es eiskalt durch, seine Strategie. Alphabet mit fast 5% drin. Linde 4%, Waste Management und dann geht es runter. McDonalds, Veolia sagt mir gar nichts. Was denkt ihr, Chat? Ist es euch bekannt? Seid ihr Fan? Doe, Deer, Realty Income, Maersk, Gazprom und diese Nasdaq 100 Geschichte der vermögenswirksamen Leistungen. Und einiges verkauft. Also man sieht, du hast es sauber gemacht. Und ich empfinde das Portfolio auch als ziemlich strukturiert. Also so wie du es gesagt hast. Und du ziehst die Strategie eiskalt durch. Das finde ich super. Wenn man sich eine Strategie überlegt und genau dabei bleibt, ist es immer gut, meiner Meinung nach. Wie gut die Strategie ist, wird sich an anderer Stelle zeigen. Aber wir können jetzt mal kurz in die Verkauften schauen, was da alles drin war. Roche war da drin, Unilever, AT&T, Deutsche Post, Johnson & Johnson. Dann würde mich mal interessieren, warum du die verkauft hast. PayPal, Vonovia und so weiter. Mit Verlust alle verkauft. Ein paar gute waren aber drin. Hier am Mundi. Sehr viel Gewinn gemacht. Da hast du ja gesagt, du hattest einfach verschiedene ETFs wahllos. Und ja, so ist es gekommen. Und dann hast du sauber gemacht. Das finde ich gut. Aber mein Lieblings-ETF kannst du nicht verkaufen hier. Den Banker hat All World High Dividend Deals. Das geht gar nicht. Nee, wirklich. Also sauberes Portfolio. Wir gucken mal in die Analyse, was wir hier so sehen. Drei Viertel in diesen beiden ETFs. Die Übergewichtung findet er kein Problem. Top Trades. Amundi, S&P 500. Damit hast du wirklich viel gemacht. Dann Aker Carbon Capture. Vonovia und MSCI China. Damit Finger verbrannt. Das sind die schlechtesten Trades bisher. Was den Kapitalfluss betrifft, also das Cash, das reingesteckt wird. Da sieht man die schöne Steigerung von Jahr zu Jahr. Hier im Schnitt 43,2017 Euro pro Monat. Dann 1.000 Euro pro Monat. 800, 1.800, 4.000, 6.000. Sehr, sehr nice. Dieses Jahr wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, das liegt am Hausabbezahlen und sowas, was du gesagt hattest. Aber das ist doch eine anständige Historie. Also da können wir uns alle, glaube ich, eine Scheibe davon abschneiden. Sehr nice. Sehr viel IT kommt natürlich auch durch Alphabet. Und weil auch die ETFs da einen großen Fokus drauf haben, dann kommen wir nicht Basiskonzept, Blüter, Finanzunternehmen und so weiter. Aber jetzt nicht ultra krank übergewichtet irgendwas. Meiner Meinung nach. Nordamerika natürlich heavy Übergewichtung. Aber hat er gesagt, gehört so. Denn er erhofft sich natürlich durch die US einen Renditeboost. Durch die USA. Was haben wir auf dem Dividenden-Dashboard? 165 Euro zu erwarten jetzt im Dezember. Man sieht hier auch eine hübsche Steigerung. 600% mehr, 600% mehr, 160% mehr, 100% mehr. Dieses Jahr war nicht so wild. Ähnlich wie bei mir. Dieses Jahr eher ruhig. Auch durchs weniger Investieren. Bei dir auch. Deswegen hoffe ich, dass du deine Sparquote, deine Investmentquote wieder hochtreiben kannst. Möglichst schnell. Dass du hier wieder auf alte Wachstumszahlen kommst. Aber ansonsten sieht es ja super aus hier. Dein Jahreseinkommen mit Dividenden steigt die ganze Zeit. Aktuell hast du ca. 220 Euro pro Monat. Basierend auf den letzten 12 Monaten Dividendeneinkommen. Was ja ziemlich nice ist. Wir können auch mal den Breakdown schauen. Geht schön hoch jedes Jahr. Und wenn wir die Jahre vergleichen, dann sieht man auch, so wie hier in der Tabelle, dass es alles sich relativ schön entwickelt hat. Also das Einzige, was ich hier, ich sag mal, zu kritisieren habe oder anders machen würde. Ich meine, du hast deine Strategie. Die finde ich an sich gut. Ich mache es sehr ähnlich. Ich habe mich für ein, zwei, drei ETFs entschieden und ein paar Einzelaktien dazu gesnackt. Zu den Unternehmen. Ein paar davon finde ich super. Ein paar kenne ich nicht. Ein paar würde ich jetzt nicht rein investieren. Wie Alphabet zum Beispiel. Aber das will ich auch nicht empfehlen. Das ist nur meine persönliche Meinung, wie ich es machen würde. Das Einzige, was ich empfehlen würde, ist das Gleiche, was ich von mir selber erhoffe. Und das ist die, die Sparquote, die monatliche wieder zu erhöhen. Also da möglichst schnell wieder auf den Stand zu kommen, um das zum Wachstum zu kriegen. Denn ich meine, du hast dir hier ein beachtliches Portfolio aufgebaut mit 200.000 Euro. Mach weiter. Geh noch auf die Millionen. Dann ist es mit der Rente, würde ich sagen. Kein großes Problem. Oder? Was denkt ihr, Chad? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr irgendwas ändern an dem Portfolio? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es in den Chat. Gebt dem Kollegen hier ein bisschen Input. Oh, Oktober 2022 sehe ich gerade hier im Titel. Muss man mal kurz gucken. Wo war das? Analyse. Hier. Oktober 2022 hat der Kollege über 50.000 Euro investiert. Crazy. Ja, sowas kommt halt. Also man sieht es ja. Er hat es ja auch gesagt. Durch Anteile an der GmbH hat er so einmal Auszahlungen. Dividenden oder sowas nehme ich an. Die dann da gekommen sind. Was natürlich richtig nice ist. Und dann investiert er die da. Sehr gut. Dann schau dir mal im Chat und in den Kommentaren an, was die Community noch dazu sagt. Ich finde solide. Das war's für heute. Wenn wir auch dein Portfolio mal unter die Lupe nehmen sollen, klick auf den Link in der Infobox. Vergiss nicht ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.